Also da gibt es zwei, drei wirklich ganz wichtige Geschichten, die vor mir und auch nachher, nach mir nie wieder einer gemacht hat. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Auffahren auf ein Stauende. Da hörte man immer, da knallt es unter so. Und wenn Sie selber in einem Auto sitzen, sehen Sie vorsicht nur eine LKW-Wand oder einen anderen Pkw in dem Rückspiegel auch. Kein Mensch hat also von außen eigentlich richtig mal gesehen, was passiert da eigentlich. Dann habe ich so einen Stau mit 12, 14, 17 Autos gestellt und habe da von hinten drauf einen LKW sogar leer und nur einen 7- oder 6-Tonner und nur mit 70 Stundenkilometern. Was sich da abgespielt hat, war sensationell. Und dann hat zum Beispiel sogar der TÜV und einige andere Organisationen diesen Film übernommen und haben daran ihre jungen Ingenieure ausgebildet, weil die das ja nie irgendwo zu sehen bekamen. Auch nicht beim ADAC oder sonst irgendwo.